Jawohl, willkommen zurück zu Outlast. Letzte Folge hat es uns am Ende ereilt und wir probieren es gleich nochmal an derselben Stelle. Ich habe leider vergessen, wo der Mann herkam. Ich habe kein Dolby Surround, also habe ich nicht so eine Möglichkeit ihn zu orten, akustisch. Ich glaube, das kommt von da vorn. Da ist der Serverraum, ne? Äh, was wollte ich jetzt eigentlich? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, weswegen ich hier bin. Sorry. Das ist eine Weile her. Ist er da irgendwo? Ich habe Schritte gehört. Ah, da! Ne, das ist nur eine Batterie. Moment, schau mal kurz. Drehe das Gas ab! Oh, immer noch! Ich dachte, das hätte ich schon. Fuck. Wir sind keinen Schritt weitergekommen. Nein, da ist er! Da ist er! Ah, leck mich. Er riecht mich. Aber er sieht mich nicht. Hm. Äh, wieso, wenn er mich riecht, wieso ist er mir dann jetzt nicht nach? Ah, fuck! Nein! Au, 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 au. Ich glaube, ich muss nämlich da lang. Ey. Irgendwo da ist das Gas. Oder sind wir von da gekommen? Nein, du Rentvieh! Oh, schon wieder! Es hat genauso begonnen, wie die letzte Folge aufgehört hat. Mit Tod. Tod ist ja noch gelinde gesagt. Wenn es nur tot wäre. Es ist mehr als tot. Toter als tot. Ich muss mir einprägen, wo das Gas zum Abdrehen ist. Das war doch... Moment. Moment. Wenn ich doch nur einen Questmarker hätte. Da haben wir schon reingeschaut. Ich könnte es so machen. Ich logge ihn da rein. Nein, nicht runter! Ich wollte die Batterie nehmen. Ich logge ihn da rein. Und... Dann mache ich die Tür zu. Das hält ihn ein wenig auf. Ist er? Ja. Nein. Au! Dann jetzt zu. Nein, ich wollte die Tür zumachen, aber es ist sich nicht ausgegangen, weil ich auf den Prompt warten muss. Das letzte, was ich höre, ist eine Kreissäge. Er ist wahrscheinlich im Kreißsaal. Okay, der Plan ist total in die Hose gegangen. Mordsmäßig. Oh Mann, der geht mir schon ziemlich am Sack, der Mann. Mann ist vielleicht auch falscher Ausdruck für ihn. Arschgesicht wäre treffender. Oh, blöd ist er, ja. Sein Arsch ist ganz blutig. Nein. Jetzt ist er wieder. Wieso? Ich habe mich zu früh bewegt, glaube ich. Da ist es zu. Ja, klar. Gibt er mir eine mit. Und einmal muss ich das anstellen. Dann muss ich es abstellen. Hier lang. Ich glaube, ich bin richtig. Ich bin ja richtig. Nein, ich bin im Kreis gerannt wie ein Arschwoch. Aber das hält er nicht lange durch, oder? Er ist ja unterernährt. Ich renne jetzt ein paar Mal im Kreis. Ist er? Versteckern. Ich glaube, ich muss rechts lang. Da war ein Spalt zum Durchzwängen. Wird er mich erfinden? Die Frage. Nein, das ist eine unangenehme Perspektive. Ich schalte mal die Night Vision ab. Die Night Vision. Zum Arschwischen. So, jetzt aber. Jetzt weiß ich nicht. Ist er da lang oder da lang? Hier vielleicht. Nein. Nein, da war es auch nicht. Ich dachte, ich musste hier lang. Oh Gott, ich glaube, er hat mich wieder. Er sieht mich nicht. So, und jetzt spring. Spring und mach die Tür zu. Oh Gott. Nein. Nein. Mann, oh Mann. Eigenartig. Wo ist der beschissene Gashahn? Ich will nie wieder was von einem Gashahn hören, nach dieser, äh, nach diesem Zwischenfall. Nie wieder. Die Rohre verlaufen hier. Ja, also es kann nur in der Richtung sein, wenn du mich fragst. Ja, jetzt geht er wieder da runter. Ja. Patrice sollst du nehmen. Okay. Spring. Ja, er springt nicht über das idiotische Bett. Er ist nicht über das Bett gesprungen. Ich dachte, ich kann ihn austricksen. Und spring über das Bett. Und dann mache ich die Tür zu und dann, äh, mein Arschplan. Also der ist schlimmer als Dr. Trager im Hauptspiel. Ein Dr. Trager. Ah, okay, jetzt. Ein Dr. Trager konnte man wenigstens Ringe rein. Bin ich hier gewesen? Ich müsste mal hier in Ruhe mich umsehen können. Also von da bin ich raus, na? Ich versuche ihn mal hier einzusperren. Scheiße, renne ich einmal. Ja, vorbei da. Nein, es ist sicher nicht ausgegangen, die Tür zuzumachen. Ich hab's probiert, aber er ist zu schnell. Okay, schön langsam wird's dann peinlich. Gib's zu. Ich gebe es zu. Aha, das ist die Stelle. Oh, jetzt hab ich... Jetzt bin ich im Kreis geräumt, ha? Hallo. Na, jetzt mach ich zu. Okay. Das ist nicht der Gashahn, na? Wo könnte der blöde Gashahn sein? Hier nicht. Schau, ich... Äh, na, jetzt kommt er von da! Und die Tür hat er jetzt auch kaputt gemacht, na? Also, ich find den Gashahn nicht. Au! Der Mann hat auch noch eine Reichweite. So, kann ich da rauf am Ende? Nein, auch nicht. Okay. Letzter Versuch. Wenn ich's jetzt nicht schaffe, dann schneid ich's raus, weil das wird mir dann zu peinlich. Das ist doch nicht möglich, dass ich den blöden Gashahn nicht finde. Man kann auch nicht ständig die Nachtsicht anlassen, weil... Es ist oft zu hell dazu. Steht da Gasraum? Ja, da steht Gasraum. Okay, ich gebe halt den Pfeil nach. Es kommt aber eher da lang. Das ist doch nicht der Gasraum, ne? Hier könnte ich Rengel reinspielen mit ihm. Wisst ihr? Wie durch Zauberhand weiß er, dass ich hier bin, natürlich. Weil er mich riechen kann, sagt er, aber... Gut, das mag glauben, wer will. So, dann machen wir da auch noch zu. Dann hab ich schon mal zwei Türen. So, und dann steht, hier ist der Gasraum. Das Blöde ist, hier ist der Gasraum aber nicht. So. Gasraum. Ja, da ist zu. Da ist zu. So. Wie komm ich da rein? Da lang? Auch nicht. Sackgasse. Also ich bin ratlos, wie ich in den Gasraum komme. Das war es nämlich nicht. Ich stand davor. Oder habe ich... Moment. Habe ich etwa... Das Ventil nicht aufgedreht? Kann ich die Tür zumachen? Nein, natürlich nicht. Aber die da. Kann ich da noch was machen? Am Ende. Oder bin ich in der falschen Richtung unterwegs? Ne, von da bin ich gekommen, ne? Ja, da ist... Oi. Schaut er das an. Natürlich. Und die Tür hat eingetreten. Park. Gasraum. Gasraum. Vielleicht oben drüber. Ich kann mich da auch nicht durchzwängen. Schau. Ist das ein Park? Gibt's ja nicht. Ah, doch. Da raufklettern. Ui. Das ist mir schon einmal zum Verhältnis geworden. Jetzt ist es amtlich. Ich bin ein Rennvieh. Gleich zu Beginn des Spiels habe ich nicht gesehen, dass man auch rauf kann. Aber ich stand unter Druck, müsst ihr zugeben. Ich stand unter Druck. Ich glaube auch nicht, dass wir das Rennvieh das letzte Mal gesehen haben. Gas leckt mich am Arsch. Schau, das Gas ist weg. Aber er nicht. Da ist zu. Oh. Gott sei Dank. Also durch die Kontaminationskammer kommt er nicht. Wenn die aufgeht, dann ist die Kontaminationskammer defekt. Oder was? Ah, da. Ja, jetzt ist aber noch nicht das Problem gelöst, wo ich eigentlich hin muss. Ah, da lang, glaube ich. Ja, das ist jetzt offen. Wisst ihr? Ah, Edgepatch. Sage ich ja. Die Kontaminationskammer hat ihn aufgehalten, weil er ist ziemlich versifft, der Kamerad. Die geht über. Habe ich jetzt noch Batterien? Ja. Ich habe zwar einiges verbraucht, bin aber auch oft gestorben. Das heißt, in Summe habe ich gar nicht so viel verbraucht. Am lebenden Objekt. Jetzt bin ich wieder da. Oh ja, da muss ich lang. Eine Mini-Dim. Oh. Was habe ich schnell geladen? Oh. Das ist ein Empfangskomitee. Ein Empfangskomitee. Schreit schon mal. Zur Einstimmung. Was? Wir sind im Freien. Hey. Freien waren wir schon lange nicht. Das ist ziemlich nebelig, trüb. Oh, ich höre schon wieder was. Ja, das ist Nachtsichtgerät. Hilft mir in dem Fall gar nichts. Die Night Vision. Wenn ich mir höchstens den Arsch aus Night Vision. Die Tür geht nicht auf. Guckt mir irgendwie bekannt vor. Das ist im Hauptspiel. So, das Gas ist ab. Aber was nun? Gelange zum Funkgerät. Ah ja, das war der Sekundärziel. Das Gas abdrehen. So, da geht es runter, aber ich würde gerne auch wissen, was da lang war. War nämlich auch eine Tür. Da keucht schon. Nach drei Schritten. Nein! Nein! Bitte nicht. Oh, da oben ist er. Nein, bleib da oben. Bitte bleib oben. Tu mir den gefallen. Ah, das ist nicht er. Das ist ein Blutsbruder. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was mache ich hier? Eine Sackgasse? Gibt's ja auch nicht. Das war wohl nur, um die Cutscene zu trägern. Pseudocutscene. Verstand war's schon. Ah, schließen. Den Schließmuskel. Oh shit, ich höre Schritte. Schritte. In der Leibesmitte. Heiß Licht. Au! Was war denn das jetzt? Was war das? Hat das eine Falle? Was habe ich jetzt? Bin ich auf was getreten? Ah, da habe ich ein Moskito gestochen. Ich bin plötzlich zu Boden gegangen. Ha! Irgendartig. Okay. Hat ja jemand Nasenbluten. Oh, es quatscht. Schau, wenn ich... Ah, barfuß. Ein bisschen planschen hier. Ja, das ist gesund. Fußbart. Dr. Kneipp hätte das empfohlen und gut geheißen. Ja, der hatte eben kein Fußbart. Und Dr. Kneipp, jetzt ist es ihm nicht gut ergangen. Platsch. Ich glaube, der war das Fußbart. Blut hat ja viele Spurenelemente und Mineralien, vor allem Eisen, viel drin. Sehr gesund. Oh, fuck, ich höre Schritte. Ich bin da gleich schwer zu atmen. Er atmet schwerer als bei einer Beate-Use-Vorstellung. Privatvorstellung. 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 Die wollen raus und ich will rein. Ich glaube, da geht es lang. prison block. Ich muss. Ich will zwar nicht, aber ich muss ins Gefängnis. Dann machen wir besser die Tür zu. Höre Frösche. Was wollen wir wetten? Der Typ mit der Geistige kommt gleich wieder. Ja. Ich habe ihn gehört. Oh, der hat sich ein anderes Opfer gesucht. Ich glaube, er will raus. Shit. Hält da rein. Wir stecken uns hier drin. Machen einen Anruf. Ist das das Funkgerät? Oh Gott, das ist eine Todesfalle hier. Ich habe mich eingeschlossen ins Wärterhaus. Wie ein Rentfee. Ich dachte, hier ist das Rundfunkgerät. Das Funkgerät. Er ist gar nicht durchgebrochen. Er kam nicht raus, aber ich komme auch nicht rein. Was nun? Was nun? Ist die Frage. Da geht es mal nicht weiter. Vielleicht. Ich muss öfter nach oben schauen. Da ist ein Balkon. Mit dem kann ich auch nichts machen. Hier hat jemand Rohre verlegt. Was? Da ist er. Ne, das ist ja jemand anders. Was macht er? Ja, der spielt Basketball. Schau. Immer noch nichts verlernt in seinem Zustand. Die Urinstinkte sind ihm geblieben. Scheißen, fressen, Basketball werfen. Das sind die Urinstinkte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt wieder zurück muss oder was? Tür ist noch zu. Das heißt, da ist keiner lang. Oh. Es steht ja, ja. Im Gefängnis. Ich bin mir nicht sicher. Die von mir wollen, dass ich wieder zurückgehe. Oh. Es kommt mir jetzt etwas komisch vor, wieder zurückgehen zu müssen. Muss ich dir ehrlich sagen. Ist das wirklich die Lösung? Versucht er überall, was zu bewirken, aber tut sich nichts. Hier, kein Funkgerät. Was? Schließen. Da oben ist ja auch nichts. Wieso ist dieses Wertherhäuschen hier? Das hat überhaupt keinen Zweck. Naja, ich glaube, die wollen von mir, dass ich mir einen alternativen Eingang suche, aber das ist wirklich anti-intuitiv. Muss ich schon sagen. Ah, okay. Das konnte ich nicht ahnen, dass der da langkommt und jetzt die Tür offen ist. Oh, der arme Werther hat's Haus baden müssen. Das ist eine schlechte Laune. Ich bin mir wieder da. Ah. Aber wir sind einen Schritt weiter. Muss, glaube ich, da rüberspringen. Kann das sein? Ja, das kann sein, denn hier ist eine Kette davor. Außerdem würde das ohnehin wieder zurückführen. So, gut, ich probiere es mal. Aha. Au! Solange du keine Kreissäge hast, bin ich nicht so erschrocken. Ich könnte, glaube ich, wieder rauf, wenn ich wollte. Aber wir müssen ins Gefängnis. Die Füße waschen. Das ganze Blut muss ab. Das ist der Hintereingang im wahrsten Sinne. Durch den Kanal. Ah, okay. Es hat gespeichert. Das ist das Stichwort. In der nächsten Folge schauen wir dann, was wir im Gefängnis finden. Alles. Ich hoffe, das Funkgerät. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.